Hallo, ich bin Daniel, bin bei David seit Anfang 2019 im Kurs und bin zu David gekommen, weil ich in erster Linie meinen Rücken stärken wollte, weil Anfang des letzten Jahres auch bei mir ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert worden ist und deswegen bin ich bei David. Ja, ich bin Sabrina, ich bin auch seit Anfang 2019 bei David und ich bin ursprünglich nach hier gekommen, um meine Beweglichkeit zu verbessern. Ich habe einen Job, bei dem ich viel sitzen muss und habe halt langsam gemerkt, dass ich Nackenschmerzen bekomme, dass mein Rücken weh tut und so wollte ich halt langsam wieder in die Bewegung reinfinden. Und gerade die Übungen, die wir jetzt wöchentlich im Kurs beim David machen, sind gerade dazu da, dass man bewusst darauf achtet, wie man richtig sitzt, wie man es auch schafft, während kurzer Pausen am Arbeitsplatz es eben schafft, dass man doch den Rücken etwas entspannen kann, dass man sich auch ein bisschen aufwärmen kann, die Glieder ein bisschen strecken kann und das war uns auch sehr wichtig. Genau. Und was mir hier gefällt, ist, dass ich unter guter Betreuung bin, also ich weiß immer, ob ich die Übung richtig ausführe, hier wird darauf geachtet, dass die Technik richtig ist und da fühle ich mich halt gut betreut. Ja. Was hat sich für uns seitdem verbessert, seitdem wir hier im Kurs sind? Einmal eben das bewusste und richtige Ausführen der Übungen, wie Sabrina schon sagte, einerseits. Andererseits auch eben, dass man Übungen im Alltag integrieren kann und vor allem, dass man sie regelmäßig und richtig ausführt. Ja. Genau. Ja. 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 Ja.